Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video von Overwatch. Ja, heute spiele ich tatsächlich mit einem Freund von mir, aber er ist halt nicht bei mir, sondern spielt von sich aus Overwatch. Wir sind halt in einer Party und ich schnapp mir mal kurz Wotok mit dem besten Skin der Welt. Da, hier, Emilio. Guck mal, meine, guck mal, mein Skin. Das ist legendär. Ich weiß nicht, ob man den hört, aber sag mal hallo. Also, wenn ihr nicht wisst, welche Attacken der kann, guckt euch einfach die Charaktervorstellungen an. Gibt's auch auf meinem Kanal und ich suche jetzt mal Emilio. Meinen Klassenkameraden. So. Heute kam auch schon, ähm, Uncharted 4. Ob das sehen? Nein, du hast mir mein Skin weggeschnappt. Als ob. Ja, okay, jetzt geht's jetzt richtig los. Wotok. Hm. Hm. Wen nimmst du? Kannst du mit dem umgehen? Kannst du, als ob du mit dem umgehen kannst. Soll ich da deinen Bruder nehmen? Wusstest du, dass, wusstest du, dass, ähm, Genji der Bruder von Hanzo ist? Ja. Als ob du schon geschlauben bist. Aha. Hui. Ich bin oben. Als ob ich grad zudem hingesleitet bin. Nice. Da macht das Fünffach- Fünffach-Schaden. Drei. Zwei. Ich bin schon am Spawn, ne? Du komm. Jetzt aufford du den Bruder auch schon getötet hast. Komm, schnell. Du bist geschlauben ernsthaft. so mein ist Widowmaker it's up Widowmaker hier ja ich hab mega den guten Punkt komm mal hier hoch komm mal hier hoch bitte Alter ich besiege ihn jetzt ich kehl ihn jetzt im Nahkampf ich hab den fast im Nahkampf einfach gekehlt ich kann mit ihm überhaupt nicht umgehen Hi ich bin hinter dir Bruder komm her guck mal was ich mache ich bin voll gut und tschüss wir sehen uns da wir sehen uns dann da hier den da war ein feindlicher Hanso ja du bist wieder hinten vor mir du bist vor mir du bist vor mir ich geh mal kurz da hoch ne Alter da kommt jemand da kommt jemand Hilfe 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 da war Genji da war Genji pass auf Genji auf da ist ein Genji ich seh ich seh wo du bist ich hab richtig den guten Snap du hast deine Ulti ne als ob du deine Ulti hast hua 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 Alter wow talk wow talk hat mich gekillt tagliches Visier jo 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 er kriegt wow talk wow talk nicht schon wieder Alter ich bin so schlecht ich nimm anderen so jetzt jetzt kommt dir einmal ein Apokalypse wieder oh ne Hilfe 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 ich werd sterben gut dass ich mich selbst teilen kann haha die gerechte Strafe hat mich nicht bekommen und ich hatte nur noch ein Leben also heute ist echt nicht meine beste Runde aber ja gut der Drache verschlingt euch hast du gehört der Drache er verschlingt uns Hilfe ich bin sehr weißt du wie hilflos ich mit diesem Genji bin ich kann überhaupt nichts mit dem ich kann überhaupt nichts mit dem hu alter oh mein Gott ich hab grad wow talk gekillt mit Genji nice ich hab wow talk mit Genji gekillt wie bitte wie bitte wie viel Geld 55 hä wie viele Kids ich habe Kids äh 7 Tode 1 Kill 1 Kill als ob ich hab auch 7 Tode ey nicht mit mir hier ne wir werden sowas rum verlieren wir werden sowas rum verlieren ja ich sehe deine Ulzi ich bin in deiner Ulzi drin ha ich hab abgewehrt uh nein als ob wir keine Tanks haben als ob wir keine Tanks haben tschüss Sikowski auf Wiedersehen auf Wiedersehen auf Wiedersehen toll du bist gerade gestorben ich geh mal kurz zum Spawn ich geh mal kurz zum Spawn Kuckuck ich seh dich huiii ich besitze euch ich ich bin ein ganz guter ich kann euch beschützen ich kann euch beschützen bleibt doch hinter meinem Schild Alter ja ich bin grad gekeht worden aber ich seh gerade oha wir können noch locker gewinnen wenn wir so weitermachen nein ich will nicht mit dem Augen des Drachen schauen stelle mich einfach mitten in den Punkt das kannst du nicht sein hier da 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 Mann, ich wollte gerade Genji so glattrücken. Als ob. Nur noch eine Minute. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Huga, Huga, Buga! Mann, ich hätte fast Genji gekriegt. Äh, ich meine, Hanzo bekommen. Hilfe! Autsch. Nice one. Als ob nur noch fast. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nur noch eine halbe Minute. 30 Sekunden. Boom. Jetzt kann ich meine Ulti machen. Ich mache jetzt meine Ulti. Nein. Nein. Ich muss noch rechtzeitig da sein. Boom. zu. Hier. Wer jetzt? Als ob du ein... Du bist locker. Als ob du kein... Als ob du nicht Highlight warst. Du hattest 21 Kids. Leute, der hat auch mit jemandem zusammengespielt. Okay, gefällt mir. Ich hab grad X gedrückt, als ob du hattest 3 Wotes und eine davon war ich. 4. Okay, ich bin fast Level 16 und ich würd mal sagen...